Wir sind die Reginektos! In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Deckereien. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Milch eine riesengroße Deckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von den Säpftchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept? Der Steck! Na, dann müssen wir es backen, einfach Weihnachtsmausen backen. Reicht den Ofen an und rein. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Deckereien. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Milch eine riesengroße Deckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Auch wenn wir nicht Schokolade, Schrohlich, Schnüsse und Schokolade und ein bisschen Zitzen. Ja, das stimmt. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Deckereien. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Milch eine riesengroße Deckereien. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Zitzen Mehl und Milch macht so mancher Milch. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Zitzen Mehl und Milch macht so mancher Milch. Zitzen Mehl und Milch macht so mancher Milch eine riesengroße Deckereien. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Weihnachtsglocken läuten, hörst du in der Luft geriet? Was kann das bedeuten, was hier wohl geschieht? Große und kleine, mal ganz voll, mal ganz hell. Schwere und feine, langsam und schnell. Wamm, 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 wamm. Weihnachtsglocken läuten, hörst du in der Luft ihr Lied, was kann das bedeuten, was dir wohl geschieht. Große und Kleine, mal ganz voll, mal ganz hell, schwere und feine, langsam und schnell. Weihnachtsglocken läuten, warst du in der Luft ihr Lied, was kann das bedeuten, was dir wohl geschieht. Große und Kleine, mal ganz voll, mal ganz hell, schwere und feine, langsam und schnell. Weihnachtsglocken läuten, warst du in der Luft ihr Lied, was kann das bedeuten, was dir wohl geschieht.